Hallo und Willkommen zu Let's Play GTA 5. Wir sind hier mit Michael gerade bei dem Galileo Observatorium oder wie auch immer das Ding heißt. Und wir werden jetzt die Mission von Dave übernehmen. Ich glaube, nee, das ist der falsche Weg, oder? Ja, das ist der falsche Weg. Dann müssen wir leider nach unten... Ja, so etwas in der Art. Wir müssen jetzt leider nach unten springen. Aber ich finde, Rockstar hat diesen Galileo Observatorium richtig gut hingekriegt. Das musste ich richtig gut sagen. Also, alle Achtung. Wie geht's? Wie gut wie kann man sich erwartet. Aber die Worte ist nicht gut. Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich weiß, dass du diesen verdammt gewaltt hast. Davey, wirklich, du denkst dir Dinge. Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich weiß nicht, was du sprachst. in meiner Leben, weil du es sagst, Scheiße. Was? Du es sagst. Trevor. Ein paar Tage vor. Wir haben nicht wirklich über etwas gesprochen. Aber wenn nicht, wenn, er beginnt zu fragen, warum du nicht schützt die Worms nach der Kanadischen Grenze. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheiße. Wo sind wir es? Wir sind zusammen. Also, wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann glaube ich das bedeutet, dass meine Probleme sind ein bisschen deine Probleme. Uh-uh. Nein. Was, wenn ich meine Arbeit verletze? Wenn jemand in meine Bücher kommt, beginnt zu lesen meine Daten. Sie sehen die Dinge, die ich gemacht habe. Ich weiß viele Dinge. Ich kann eine Pläne für fünf Jahre, aber du... 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 Du ungratwollst. Ich habe eine große Karriere. Na, dann besser wir es schützen zusammen. Weil... du und ich beide wissen, wir können es nicht weitergehen, jetzt. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Dieser Mann. Ferdinand Karamoff. Die Angelegenheit sagt, dass er tot ist. Wir, im Büro, denken wir, dass er voll von Scheiße ist. Wir denken, dass er irgendwo in einem Ort ist. So? Wahrscheinlich. Er hat Informationen, die mich und meine Superioren aus der Zirkulierung bringen. Die Angelegenheit haben die Körnern im Büro geschlossen. Wir brauchen Sie, um das Körper zu verifizieren. Wie in die Hölle werde ich hier rein kommen? Nun... Du hast schon tot gespielt, nicht wahr? Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen zu verräterisch aus, aber... glaub mir meine Freunde, das gehört zu dem Plan. Was haben wir denn? John Doe, weißer Mann, überwacht und in seinen vergangenen 40 Jahren möglichen Körnern. Lass uns einen Blick machen. Die schwarzen Körnern auf seinen Händen und Abdomen suggerieren eine Fondheit für Bleder-Burgere. Siehst du den geschlossenen Körnern? Jesus! Gott! Zurück vom Tod, motherfucker! Ja und der andere hat sich einfach verpasst. Aber um den kümmern wir uns gleich. Falls wir ihn treffen. Hände in den Luft! Komm schon. Ich könnte in der anderen Raum sein. So und jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Du willst auf dem Schloss? Und tschüss. Das sieht gut aus. Das ist gut. So, und jetzt kommt der Teil der Mission, wo das mich am meisten aufgeregt hat. Vertraut mir Leute, als ich das Spiel zum ersten Mal dann gespielt habe und versucht habe, hier die goldene Medaille zu machen, ich habe hier über 9 oder 10 Mal versucht, das zu machen. Ich sag's euch, das ist eine von den schwierigen Missionen in GTA 5. Und glaub mir, es gibt viele von denen in GTA 5, die richtig schwer sind. Okay, das war vielleicht nicht nötig, das in Zeitlupe zu machen, aber was soll's. Ja, und wie ihr gerade seht, ich mache hier gerade Kopfschüsse, weil das gehört auch zu der Medaille. So, wir haben noch die Schotflinte, da habe ich ganz vergessen. Ihr habt ne Pistole und ich hab ne Shotgun, Bitches. So, du da, weg mit dir. Ich weiß, das war ein Zivilist, aber, naja, was soll's. Okay, die beiden kann ich eh vergessen. Die brauch ich nicht. Na du? Nehmen die. Das ist gut. Michael und deine Waffen. Sind in einen schwarzen Müll-Sack. Okay. Denkst du? Ich darf dahin, wo ich hin will. So, du, weg mit dir. Viele sagen, dass diese Mission zu einfach ist. Aber ich sag's nur, nein. Die ist nicht einfach. Die braucht zwar richtig viel Übung, aber beim ersten Mal, wenn ihr die Mission spielst, glaubt mir, das wird etwas zu schwierig. Ja, und ich halte mich ja an meinem Protokoll. Ich töte jeden. Du lebst noch? Du lebst noch? Moment, da ist noch einer. Komm raus. Und tschüss. So, da ist der Müll-Sack. Jetzt haben wir alle unsere Waffen. Wo ist meine G-36? Schießt das Fenster raus. Nein, nicht springen, Junge. So, jetzt raus. So, und jetzt hoffe ich mal, dass diese Jagd, also diese Polizist-Jagd, nicht sehr lange dauert. Komm, 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 komm. Mal schnell, mal schnell. Ja, schön, dass du meine Nummer hast. Ich kann auch jede, jede Karre hier klauen. Also, kannst du deine Nummer hier sparen. Wehe, die haben noch einen Helikopter, ne? Wehe. Komm schon. Es muss jetzt vorbei sein, oder? Komm, ich bin schon zu weit weg. Die schaffen das nicht. Jawohl. Geschafft. Hey, Mike. F. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town. Elboro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Gib die zu Ölboot, woman. Okay. Oh, jetzt rufen wir Dave an. Dave. The hell was that? You don't have any spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data, algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA-Bilding. The IAA-Bilding? You fucking kidding me after the spooks I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expected inside job. Oh, yeah. Ich glaube, ich weiß, was da dann später kommt mit diesem FIB und IAA oder wie auch immer es heißt. Ihr werdet es schon wissen. Also wer GTA V gespielt hat, der wird schon wissen, was da kommen wird. Aber ich will jetzt nicht spoilern. was da geht? Was ist passiert? Was, okay? Du weißt, ich habe dir gesagt, ich weiß Leute, die FEDs, die nach mir als ich ausgesucht. Du hast? Ja, ich habe. Ich glaube, ich habe es nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Ich habe ihn voll genutzt. Ich bin voll von verdammt! Ja, aber dein voll von verdammt hat mir viel von Papern. Mit einem Schwer mit dir, ich habe mehr Geld als ich mit Hustlinie gemacht. Ja, ich bin ein großartiger, aber es ist die anderen, die ich nicht herausfinden. Also, was ist der Deal, Mann? Was ist der Deal mit dem Büro, Mann? Dieser Kleine. Ich meine, er ist ein okay Mann, ein verdammt Schmerz. Wir haben einen Verhandel vor lange Zeit. Es ging nicht so wie es ging. Der falsche Mann wurde getötet. Also, ich musste in ein bisschen ein Informal-Protektionprogramm. Er hat mir geholfen, ich habe ihn nicht herausgefunden. Und alles war cool. Die Probleme begonnen, und ich habe in der Zeit nicht gerecht. Ich meine, er kommt, beginnt zu fragen, mich zu machen. Ich meine, Franklin, ich arbeite für die verdammt Schmerz. Oh, fuck, Mann! Oh, fuck, Mann! Ja, und das ist noch nicht die schlimmste Sache. Ich habe dich nie erzählt, über Trevor? Mann, ich denke so. Wenn du nur so denkst, dann bin ich komplett ehrlich. Er ist... Ich weiß nicht, was er auf der Erde geht. Das ist das, was er ist. Wir haben diese Mannschaft. Oh, ja, gut mit dem Glück. Scheiße. Ich meine, Trevor und ich haben eine Geschichte. Eine komplizierte Geschichte. Schau, ich habe viele Dinge, die ich nicht stolz bin. Ich habe nie gedacht, dass ich ein Engel sein soll. Aber du treffen, Trevor, Franklin, du sagst, ich bin ein Engel. Also, was ist der Weg, Mann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich werde... Ich weiß nicht, versuchen, auf beide Seiten zu spielen. Ich weiß nicht, bis ich herausfinden kann. Alles klar, Mann. Schau, Mann. Du hast mir geholfen. Wie ich das sehe, Mann, das wenig ich kann machen, ist zu helfen. Das ist eine Todesendung, Franklin. Mann, ich... Ich versuche nicht zu hören, Mann. Wenn die Bühne nicht zu holen, die Mannschaften einfach nur Hustler sind. Und ich bin nicht zu lassen, kein Mannschaften Katz zu denken, dass er so ein Mannschaften verrückt ist, mich auf einen Baum. Schau, das! Hey, du bist ein guter Kind, Franklin. Das bedeutet viel für mich. Wie ich gesagt habe, ich bin ein gewöhnlicher Thief. Ich finde etwas für dich. Großartig. Komm schon. Du besser ausführen. Okay, Mann. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Schwerer weiter.